So setzen Sie sich bei Auseinandersetzungen mit Behörden, Beamten und Gerichten auf ganzer Linie durch. Haben Sie ein Anliegen, das Sie bei Behörden, Gerichten und anderen Beamten durchsetzen wollen? Aber blockt man Sie immer wieder ab? Lässt man Sie von Amts wegen links liegen, ohne auf Ihren berechtigten Wünsche einzugehen? Dann formulieren Sie Ihre Anliegen ab jetzt als korrekte Anträge. Sie werden sehen, das wirkt wahre Wunder. Denn korrekt formulierte Anträge müssen vom Beamten ohne Wenn und Aber beschieden werden, und das innerhalb kurzer Zeit. Die Staatsdiener können also nicht mehr so tun, als gäbe sie den Bürger oder die Bürgerin nicht. Und falls Sie es doch wagen sollten, können Sie sie über eine Dienstaufsichtsbeschwerde Mores lernen. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie Anträge richtig verfassen, abschicken und bei Bedarf nachverfolgen. Lassen Sie sich helfen von meinem Buch »Die Macht des Antrags«. Machen Sie unwillige Beamten und Behörden die Socken heiß und verbessern Sie Ihre Position vor Behörden und vor Gericht. Danke dafür. Vielen Dank.